so neuer versuch diesmal ohne ohne mutz ziemlich bis auf die zwei sind alle draußen schauen wir zwar hier die fracht raus geschmissen und hat mich zurück gesessen hier nach san diego aber ich habe auch für den gleichen auftrag jetzt noch mal von beherren bent auch von plasters und sand da fahren wir jetzt noch mal hin ups da kommt einer okay ich schaue sie mal zu schnell das ist nix also komisch ums ekrunk juckt also Die Flügel ist in der Nähe von der Flügel. Ich dachte, die sind alle... Ich habe alle Mutz raus. Jetzt weiß ich auch nicht, was da... Bleibt da noch irgendwo was hängen? So, jetzt kommen wir hier tagsüber her. Auch mal recht. Das Hall funktioniert. Ja, die Bremse dann eigentlich auch da... Ach, mein... Grün... Grüner wird es nicht... Halt mal, wo müssen wir jetzt hin? Ah, nicht mehr hier hin, sondern... Weiter... Ah, da müssen wir wahrscheinlich abholen, okay? Dann holen wir hier ab. Hm, aber so richtig geil fährt das jetzt nichts. Das ist immer noch Zuckerei da. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Wie weit muss ich jetzt die Grafikeinstellung runter schrauben? Was? Und wenn Sie in der somos Wenn Sie ja noch zu Großartinen выгляд sind, Das kann ich nichtixig drehen. stirrunde jetzt... die Zettung hatte mich anstreitungen Làm 然後 übers Gavin is hier so... und wir stellen sie. Das war's jetzt Cantig. Das ist doch ein Oldtimer da vorne. Ich habe einmal die Oldtimer drinnen geht von Jessica, aber habe das mal draus gemacht. Ich dachte, das ist doch eine Milare. Das ist wirklich nicht höchst wie ein anderer. Jetzt haben wir den Auftrag. Ich gehe da in der Brust. sehr gut so, dann geht so, dann geht's ja dann ist er ähnlich wieder, ja macht er nicht da drinnen, sitze, mittag ok dann ist er nicht da drinnen ja gut, jetzt versuchen wir unser Glück also ganz verstehe, tue ich es nicht da dass die noch drin ist, denn das ich weiß jetzt nicht was der SCS stadtartmäßig drin hat aber ich kann mir das nicht vorstellen so wirklich na gut wir fahren mal los so danke, schon wieder so ein oldtimer oder was war denn das jetzt schon wieder seh mal ich hab doch grün getopfert so ein Nasenbär so ein Nasenbär so ein Nasenbär so ein Nasenbär guck mal, da kommt der weg da kommt wieder Salon Timer also so 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 da kommt der da kommt so so das so 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 Das war's für heute. Ja, jetzt ist der Ton unternommen, ja. Ja, jetzt versuchen wir einfach mal, der fährt da halber raus hier. Oder die. Wir stehen hier noch. Wir sind hier noch nicht. 거htal das Träte Wir sind, dass wir jetzt hier einig. Wir sind hier nicht. Wir sind nicht hier, wir sind hier nicht. Wir sind hier nicht. Wir sind hier, etwas zu frienden. Wissen Ah, hört mir herrlich aus, da tut es allemal da. Wo, wo warst denn du? Guck, da sind wieder die anderen Busse drinnen da. Ja, das sind die Kleinen. Schau, komisch. Schau, komisch, Idol. Ist mehr so. Deine technique, einen Kueler zu faire tiene. Die Kueler, eine fille, kie boine. Der Kueler hat mich lang erreicht. Hey, zwei Ford Mustang hintereinander, zwei Carbius. Oh, ich habe gerade gemerkt mit dem Händen und so, genau, unser Blinklicht gar nicht an, das gehört auch dazu. Ist mir gerade eingefallen, wo ist das Blinklicht, so. Darüber. Oh, du fährst mir nicht da hinten drauf, du. Äh, bleibst du stehen? Jetzt haben die Kamera da, die Schiene reingefahren, oder? Was hat die jetzt da? Okay. Die Vorsicht haben wir links und dann gleich wieder rechts. Das ist irgendwie schon komisch mit der KI da, wenn ich mal... ...und dann wieder rechts. Wow. Klasse, außer du zahle mal, du. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum das jetzt auch das Zug hier anfängt, das ist mir jetzt ein bisschen zu speck. Ich meine, jetzt geht es gerade. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also 11, wenn ich hier auf Außerumschalte So, meine 11 Prozent Auslastung Dann gehen wir wieder nach Inna So, was haben wir jetzt? 11,12 Inna haben wir wieder 20 30,18 Ja GPU bei 50 Prozent Drum Ein bisschen Datenträger Aber minimal Ja Eigentlich nichts Ein riesiger Meerdrescher Pause Pause Ebony Du Und Du w und jetzt folgt er wieder ein da geht die cpu richtung 30 prozent ok muss man schauen jetzt ist er wieder runtergekommen bei 20 23